Herzlich Willkommen zurück bei Smite. Wir spielen eine schöne Arena. Das heißt, wir dürfen uns die Götter aussuchen. Mit uns ist ein Random aus, ich weiß nicht, was das für eine Flagge ist. Dann haben wir... Warte, jetzt zähle ich mal von oben rund. Hallo? Tab? Let's Pack It haben wir. Hallo? Ach, hallo, genau. Dann ist er bei Meeresgrund. Hallo? Mr. Cutterfiel. Hallo? Und ich. Sag Hallo an. Ja, moin. Das wollte ich... Ach ja, ich wollte Cooldown Boots. Boah, ich verlange gleich so viel, ne? Und wir spielen... Wir haben ein Ehepärchen hier. Oh ja. My Babies. Die sich eigentlich normalerweise ja nicht treffen können. Sehen können sie sich ja aber nicht treffen. Ach ja. Ja, Shang-A und Huizhu sind ja Mann und Frau. Stimmt, die haben ja so eine Vorgeschütte. Wenn du denkst, du hast das Glück, zieht die Sau den Arsch zurück. Nee, eigentlich sind das eher... Was? Ey! Warum machst du das? Was? Weil ich vorne stehen bleibe. Ich gehe nicht zurück in die Base. Oh, da hätte ich doch fast den Damage-Buff genommen. Ich wollte doch nicht mal überfahren. Nein! 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 Doch. Ups, da hau ich doch mal ab. Komm, friss Ketten. Friss Ketten-Stroh. Genau, warum liegt da eigentlich Stroh in der Ecke? Ich hau mal ab. Warum hast du ne Maske auf? Danke! Weil ich gerade lese. Heute Niveau. Heute... Ich hätte alles. Blink und Ult. Ich hab auch Ult. Komm rein, wir uns gut. Okay, dann blink ich da mal ein. La 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 la. Ach, schade, nur Arachne. Und die kann ulten. So. Hat's es gewasted. Ich bau CD. Ja. Für die, die nicht wissen, was CD bedeutet, es bedeutet... Crowd Control. Nein. Cooler. Oh Gott. Ich muss mal weg. Da hab ich ja mal richtig einen auf den Arsch getriegt. Das klebt noch. Das war meine schöne Ul. Jetzt können die mal was drauf machen. Du bleibst da für den. Sehr gut. Los. Kommt. Du versappt dich. Kracker. Kracker. Der Rachen ist doch tot. Ja, haben doch alle Ziel erreicht. Bin gleich wieder da. Ich hab kein Wanner mehr. Okay. Wie gehst du denn wieder zum Aldi oder was? Ja, sorry. Ich wollte eigentlich zu verhindern ihn. Genau, das kann man schön Tornado reinlegen. Hey, jetzt hat er gezeigt, als Aktion. Warum spielt eigentlich Luki nicht mit? Tut er doch seine so aus. Komm mal zurück, du bist alleine. Ja. Ja. Mit daneben. Hehehehe. Oh, oh. Hallo. So. Ach, wie gut. Vielen Dank. Ich vergesse immer, dass ich das Einkaufen per Hand machen muss hier. Du kannst das ja einstellen. Nee, ich meine, ich muss drauf achten, dass ich nicht in die Base, ich gehe ja nicht in die Base zurück. Ich bleib da draußen. Oh, Ult in 10. Achso, ich hau noch mal kurz ab und dann geht das los. Vorsicht, da kommt... Achso. Ja, ich kauf noch mal kurz ein. Ich wollte ich, äh, Magical Leaves. Ja. Special Delivery. Ach, bräuch ich gar nicht. Okay. Oh, auf Deliveries. Mann, ich will doch Stacks bilden. Ihr macht, ihr knallt die hier alle weg, alter. Hast du denn schon der Stack, Achtem? Okay, ich blinke gleich. Passt. Ja, das hab ich schon, ich hab schon alles parat hier. Jeder kauft den Minions von der Nase. Ich hab drei Stück. Nichts. Und keinen. Das ist aber gut, alle Beats ausgelöst. Drei Beats ausgelöst. Ja. Die Beats sind put. Put, 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 put. Was ist denn der Hermana mehr? Ja, dann gehst du zurück, alles gut. Der Hase. I'm weg, my lady. Hast du ein Problem mit mir? Scheinbar. Stieg ich mal weg. Loki, wie tust du? Los! Jawoll. Na. Na, kennst du schon Bodyblock? Hehehe. Ja, dann hau ich mal ab. Das kann ich heilen, sorry. Das kann ich hier already. Passt schon. Oh, 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 keinass. Und da kommt die Ult. Apropos Ult. 25. Das ist ja ultra geil. Warte mal, hab ich... Ah, nee, doch nicht. Ich müsste mir demnächst mal die nächste Blinkstufe kaufen. Blinkstufe gibt's übrigens Buffs. Okay. Oh, hier, schön. Ich mach gleich den Damage-Buff auch noch, hier. Oh, oh. Ja, war klar, ey. Nimm den Scheiß. Bolt is ready. Ich fall ins Lock. Ich baue mir ein auf die Bills. Ich schmeiß da mich hoch. Sieht's aus, okay. Jo, und jetzt, wenn ich platt. Ich hab zwei Stück. Jo, ich hab ne... Oh, yeah. Jawoll. Hier, den Kuckuckang köpfe... Ah. Oh, Gott, das war so knapp. Geh mal weg. Ich muss mal... Lass mich mal in Ruhe. Ja. Äh? Spinner. Du? Komm zurück. Jo. Lass reinkaufen. Lass reinkaufen. Ich möchte... Be right back. Ulte auch für Spinner. Ja. Gerade als Kuckuckang kann man nie genug ulten. Alter, der haut mich immer in seinem Scheiß-Loch rein. Was? Links... Ah, egal. Vergiss es. Geh mal am besten zurück, Kuckuckang, weil da kommt gerade genau der angelaufen. Kuckuckang. Kuckuckang spriegt hoch und jetzt so liegt meine Escape-Punk-Kill-Loch-Ski. Ja. Sehr gut. Warum bist du auch nicht zurückgegangen? Da, ich geh auch noch mal shoppen. Dann gibst du den Müsse nicht mehr holt. Sehr schön. So. Oh. Los geht's. Ah, die ziehen sich zurück, oder? Ja. Nein, der nicht. Äh, jetzt muss man blinkt auf... Dings. Oh ja. Ich hab' ich wieder einen Schutz sicher. Geht euch denn mal zusammen. So, ist fein. Ja, noch ein bisschen ticken. So. So, jetzt hab' ich euch beide. Schade. Nein. Oh, ey. Immer wieder. Immer wieder schön. Ja, roll. Komm hier, guck. Äh, Kumba. Nein! Wow. Da hat er mich weggerolltet. Sau. Immer weg. Benni. Ja, retweet, retweet. Und gleich wieder da. Ich auch. Hallo. Hallo. Oh, nach Röntgen. Na, Rachne. Bisschen... Agro auf mich. Ich musste mich mal retten. Das war'n schöner Tonego. Ja. Ich hol' die Ma... Ah, verdammt. Nein, rechts. Egal. Ich hab' ja Cooldown. So, du kleiner Hoden, ey. Jetzt stirb endlich, du. Was gibt's doch nicht, ey. Deine Penis, ey. Das... Alter. Alter. Äh... Hallo, liebe Tonego. Ich hau' mal ab. Ihr wisst ja alles, was... Ja, hallo, liebe Community. Ja. Heute ist wieder FSK 18 angesagt. Boah, ich fahr da noch mal kurz. Zurück, zurück, zurück. Ja, die Degel ist ja wohl nicht schlimm, oder? Jeder hat eine Penis, außer... Ich hätt' Bock auf so'ne Arachne. Oh, Gott, ich bin auch noch mal da... Ich bin von so'nem fetten Sack kaputt gehauen worden. Auch oben ohne Arme. Hm? Keine Arme, keine Keks hier. So. Links gibt's übrigens Buffs. Der war so tot. Ouch. Da, links stehen sie doch alle zusammen. Ugh, ich weiß. Bumba, die alte... Vorige Fox-Sau. Äh. Na gut. Ach hier, Janus. Hm. Die sind nur zu dritt, da vorne. Okay. So, bleib mal schön da drin stehen. Jetzt seid ihr relativ zu zweit, da vorne. Ich hab'n Buff gemacht, der liegt da. Ja, hier ist hier gerade mal unser... Komm nicht weg, ich komm nicht weg. Och. Sehr gut. Danke fürs Retten und du hast den Kill abgesahen. Da liegt immer noch der Buff, der Mana-Buff links. Ja. Ja, nimm den wer, ich mach' hier... Ich halte hier alle auf. Ich, 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 ich hätte den gerne. Ich hätte... Vorsicht, Links-Punkt, Ult. Lassen wir, lassen wir uns das große Minim machen. Obwohl, jetzt hab' ich ne Ult. Das wird sich geflogen. Ja, ich hab's auch, ready? Ja, drei Stunden. Komm schon, Baby! Hahahaha! Er kommt weg, hier, man! Ja, weil er fliehen kann. Ja. Das war schön. Ja. Dies is why we like da Dregge. Zurück, 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 ich muss weg. Dann hau' ich mal ab, ja. Ey, was machen denn die Spinnen hier? So. Zurück. hiding. Holten... zwei. Alles klar. Fünf. Alter, dieser Penner! Drei Stück! Alter! Ja! Die Stimme macht die Hände weg! Die kommen alle weg! Ne, sehr gut! Nein! Warum kann der mich so auf Stunnen? Das ist doch normal! Das ist ein Basic Skill von ihm! Ja! Echt? Ja! Aber der kommt auch nicht weg! Ah! Ich wusste gerade, warum bin ich ihm schon vorher abgehauen? Ja! Das ist viel zu gierig! Wenn wir mal shoppen gehen, dann gibt es die nächste Old! Hehe! Hehe! Hermann ist auch ready! Sekunde, ich muss mal kurz gucken! Magical! Noch mehr Magical! Genau! Nehmen wir doch dies! Ja genau, bleibt mal genau so stehen! Drei Stück! Das ist nur eine! Ja! Das wäre gar nicht nötig gewesen! Komm, Arachne! Loki! Do your job! Boah! Wir kriegen mal unsere Minions durch! Den kriege ich! Ha! Sehr gut! Boah! Die Ult ist auch richtig geil, ne? Von den neuen! Ja! Vor allem mit dem Asus in Kombination! Das ist so mächtig! Ey! Ich war doch weg! Was wollt ihr Penner von mir? Vorsicht, du bist alleine! Ja! Gleich schon wieder eine Old! Krass! Was? Was? Haha! Ist doch toll! Also wenn's einmal läuft, dann läuft's! Oh Gott! Ich muss weg! Ja! Ich muss auch einmal kurz zurück! Oh! Das war mein zu Null! Huh! Wo seid ihr? Ah! Verdammt! Na gut! Go for our item! Ja! Lauf beide rein! Nice! Hilfe! Oh! Das sah nicht so gut aus! Das sah nicht so gut aus! Das sah nicht so gut aus! War ja hinter dir, aber... Ja! Volt in 10! Die ist so schnell, ey! Boah! Das ist echt gut! Ja! Ja! Drei, zwei... Aber, ähm... War nur zwei! Ne, drei! Nice! Sehr schön! Die waren so weg! Horror! Autsch! Die Spinne kommt! Oh, nein! Hm... Alter, was? 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 Komm! Ich glaub, die mögen mich auch nicht so! Stirb, Spinne! Oh! Überraschung! Hehehe! Nur einer! Was für eine Wasted-Ult? So, wer will? Wer ist denn... Meine? Die Ulten beide rein, krass! Alter! Ach, schade! Ja! Ja! Muss weg! Boah! Macht er schon! Ja! Ja! Bin ich, da sind Sie nicht weg! Schönes Ding! Oh, deine Arschkréter! So! ... Verwichter kommt ein- ... Das ist ein Schlamm. Nice job! Falling back! Wenn ich zurück bin, gibt's ne Ult. Ein Engel. Nein, unser Loki will noch. Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, schöner Ult. Ey, die haben's auch immer nur auf die Schwachen ab. Natürlich! Ja, das ist logisch. Will ich auch machen. Ja. Danke. Oh, lauf voll nach rein. Oh, okay. Ich hab Probleme hinter mir? Fuck. Oh, und erst mal Kumbakana hier, komm. Jetzt sind wir nicht weggefressen. Die kann man nur mit Basics töten. Ey! Wow. Aber was hat... Das war deine Ult eben, ne? Meeres und... So, da kommt ein Kumbakana, aber... Das war nicht meine, das war seine Ult. Ah. Die ist mächtig. Ich bin zurück. Und tschüss. Die Arachne, ne? Das ist ganz, ganz krass. Ult ist ready. Aber wir schaffen's. Ja. Müssen nur ein bisschen defensiv bleiben, wenn's nicht. Das war noch... Im Prinzip, wir liegen die ganze Zeit schon 40, 50 Punkte vorne. Ja. Ja. Na, sie noch einmal killen und dann ist gut. So, noch einmal ne schöne Ult. Ach, nur einen. Schade. Aber die ist wichtig. Ja, hier die Arachne. Komm. Sehr gut. Und die ist wichtig, dass sie weg ist. Nehmen wir noch den Kumbakana hier. Ach, gewollt. Genau. Geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö. Ja. Ciao. Bye.